Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus war ein Alltagsveränderer. Das heißt, wir haben die Aufgabe, jetzt Alltagsveränderer zu sein. Wie echt liebst du? Wie echt wertschätzt du? Wie echt vergibst du? Die Welt braucht Vorbilder und keine Mitjammerer. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Sei ein Alltagsveränderer. Das ist heute die Botschaft, wo ich mich heute schon so sehr freue, euch die weiterzugeben. Und was das heißt, ein Alltagsveränderer zu sein, das möchte ich euch gleich alles sagen. Jesus kam auf diese Erde, um allen Menschen zu helfen. Er kam auf diese Erde, um allen Menschen zu helfen. Die, die es wollen. Die, die Ja sagen. Er kam aber für alle. Auch egal, welche Religion sie momentan zugehören oder ob sie Atheisten sind. Er kam für alle. Und was mich so begeistert ist, Jesus begegnete damals den Menschen im ganz normalen Alltag. Wir lesen nicht viel, was er in den Synagogen im Tempel gemacht hat. Da war viel, hat sich um ihn gedreht, weil die Pharisäer ihn bekämpft haben, aber er konnte im Tempel eigentlich nicht viel tun. Ich habe mich gestern mit dem Thema heute beschäftigt und habe so viel gefunden, dass er das meiste, was er getan hat, ganz normal im Alltag getan hat. Habt ihr die gleiche Bibel, wo das drinsteht? Er hat im Alltag gewirkt. Wenn wir sehen, auch in verschiedenen Branchen. Er ist nicht irgendwo nur zu den Armen oder zu den Reichen, sondern er ist in so vielen Branchen unterwegs gewesen. Ja, er war in der Wirtschaft unterwegs. Ja, den damaligen Wirecard-Manager, der hieß damals Zaheus. Zaheus war einer, der mit dem Geld nicht richtig umgegangen ist. Und das wusste er schon, aber er wollte auch wissen, wer der Jesus ist. Er ist auf dem Baum geklettert. Ich glaube, die heutigen Leute klettern nicht mehr auf dem Baum. Die fahren eher in die 35. Etage und schauen da runter. Aber er ist auf dem Baum. Und was war? Es war eine Volksmenge, heißt es. Dort und Jesus blieb da stehen und sagt, Zaheus, komm runter. Ich möchte heute zu dir. Glaubt ihr nicht, dass viele gesagt haben, ja doch nicht dem. Der hat doch so viele Betrügereien. Der hat doch Geld wie Heu, nur aus Betrug. Wieso geht jetzt Jesus zu dem nach Hause? Jesus möchte jeden verändern, der es zulässt. Er ging mit dem Zaheus nach Hause. Können wir euch das vorstellen? Da waren noch viele andere, die wollten immer seine wunderbaren Predigten hören. Und er hat gesagt, ihr hört mich noch oft. Ich gehe jetzt mit dem Zaheus, gehe ich nach Hause. Eine weitere Sache und ich habe einiges aufgelistet. Er war praktisch auch beim Militär, der römische Hauptmann, dem er begegnet ist, dem sein Diener krank war. Dem ist er begegnet. Also nicht irgendeinem Vorsitzenden der Synagoge, sondern einem römischen Hauptmann. Er ist zu den Prostituierten nicht als Mann, sondern als Veränderer. Und damals war ein Platz, war der Brunnen. Die Frau, wie sie so genannt wird, die Sünderin am Brunnen, er hat mit ihr geredet und hat nicht gesagt, du machst alles falsch und du machst das nicht mehr und das ist Sünde, sondern sie hat gespürt, dass der Messias da ist, weil Jesus auch die Wahrheit gesagt hat und wir wissen, die Wahrheit macht frei. Er war bei einer Hochzeit, nicht als Pastor, der die Rede gehalten hat und dann dabei saß, sondern er ist eigentlich mit seiner Mutter mitgegangen und dann ging dort der Wein aus. Und er hat dort ein Wunder getan, das nicht ein Wunder war, die Leute aus der Not gerettet hat, sondern das war auch ein richtiges Kapital, so viele Liter Wein und wenn man das umrechnet in die heutige Zeit, ist das ein Riesenvermögen gewesen, was die hatten, weil Jesus dort war in einer ganz normalen Hochzeit und er hatte dort keine Aufgabe. Er war im Sturm, wir wissen, als die Jünger unterwegs waren und dann kam er und stillte den Sturm. Nicht den Sturm in der Synagoge oder die Streitigkeiten von irgendwelchen Glaubensfragen im Tempel, nein, er stillte ein ganz normaler Sturm, wo Wellen und Wind die Leute nass gemacht haben und gefährlich war. Er ging in das normale Berufsleben, er war bei den Fischern und da sie nichts gefangen hatten, hat er ihnen prophezeit, wirft das Netz auf die andere Seite und ihr werdet Fische fangen. Er hat sich im Handwerk eingeklinkt und müsst ihr euch vorstellen, die Fischer, wer ist denn Jesus? Jesus, der hat doch keine Ahnung vom Fischen und er hat ihnen gezeigt, dass es doch so war. Er begegnete den Trauernden. Ja, er hat so viele Tode auferweckt und ich glaube, es sind noch wesentlich mehr, wie in der Bibel stehen, die er auferweckt hat, aber wir beschränken uns nur mal ein Stück aus der Bibel. Ja, die Tochter von Jairus, der Lazarus und Jüngling von Nein, das waren jetzt auch keine Synagogenmitglieder, die es irgendwo verdient hätten, sondern ganz normale Menschen im Volk. Er, für seine Truppe suchte er zwölf nicht-religiöse Menschen aus, die ein Handwerk hatten und er nannte sie Jünger. Er ging nicht irgendwo in eine Schule für Religion und hat gesagt, gib mir mal da die zwölf Besten da raus und weil die haben eine Ahnung, die kennen sich aus im Alten Testament, die können die Bücher von Mose, die können das alles richtig. Nein, er hat Handwerker, er hat Menschen aus dem Beruf rausgeholt und hat sie gelehrt. Und das waren seine Jünger. Und da waren so konträre Leute dabei, wo man sagt, oh Herr, wie konntest du einen Judas auswählen? Wie konntest du einen Petrus, der dich verleugnet hat? Du müsstest doch das wissen, dass die irgendwann nicht mehr durchhalten. Aber er hat bestimmt gesagt, gerade für die bin ich gekommen. Weil das, die sind das Vorbild für uns Menschen heute. Ganz normale Menschen aus dem Berufsleben raus holt Jesus. Dass die später alle zu Heiligen ernannt wurden und so weiter, das ist eine andere Geschichte. Aber das kam ja nicht von Jesus heraus, sondern wir sind nach der Bibel, wie wir es lesen, alle heilig, wenn wir zu Jesus gehören. Ja, ja, aber wie war es denn? Der Vater von Jesus, er war Zimmermann. Und könnt ihr euch das vorstellen? Der Vater von Jesus, er war Zimmermann. Er war nicht der oberste, der oberen religiösen Menschen, sondern er war Zimmermann. Und ich denke, wenn Jesus in der Familie groß geworden ist, wusste auch Jesus, wie man ein Dach baut und wie man Zimmergeschäfte macht. Ja, er liebte die Volksmenge. Es heißt von den Speisungen der Vier und Fünftausend. Er war ein Nazareth und ging dort mitten durch die Volksmenge. Er heilte. Also ich habe gestern mal eine Liste mir ausgedruckt, weil ich nicht alles zusammen suchen wollte. Also ich habe 16 Heilungen, mindestens. Es gibt bestimmt noch mehr in der Bibel. Er heilte 16 Menschen, wo es nicht heißt, die war religiös, der war religiös und der hat gebetet und der hat das und so weiter. Er heilte 16 Menschen an unterschiedlichen Krankheiten. Der eine war blind, der andere hatte Aussatz, heilte 16 Menschen und mehr. Ganz normal, weil er den Menschen Veränderung im Alltag bringen wollte und hat es auch gemacht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jesus war ein Alltagsveränderer. Jesus war ein Alltagsveränderer. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Dass wenn er in den Himmel geht, wir seine Botschafter sind. Das heißt, wir haben die Aufgabe, jetzt Alltagsveränderer zu sein. Es heißt nicht, wenn ich in den Himmel gehe, dann geht in die Gottesdienste und gut ist, sondern nein, wir sollen das tun, was er getan hat. Ja, wir lesen in Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar werde. Und dann noch was. Ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Ist das nicht eine Aussage? Ist das nicht eine Aussage? Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten verbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Ihr Lieben, also die Zeit ist da, wo wir wirklich das Wort Gottes in einer Dimension verbreiten können, wie es noch nie auf der Erde möglich war. Ja, ihr Lieben, das ist sowas Globales geworden. Die Möglichkeiten auf der ganzen Erde kann man mittlerweile von einer Stelle das Wort Gottes verbreiten. Welchen Einfluss hat dein Glaube im Alltag? Welchen Einfluss hat dein Glaube im Alltag? Nur auf dich oder auch auf deine Umgebung? Wir erfüllen nicht unsere Berufung als Christ, wenn wir im Alltag nichts verändern. Stimmt's? Wir sind nicht berufen, nur in den Gottesdienst zu gehen, sondern wir sind berufen, wirklich, wirklich zu leuchten in dieser Welt, die dunkel geworden ist. Und wir lesen Johannes 17, Vers 18 bis 19. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das sagt Jesus zu Gott. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Er ist für uns auch ans Kreuz gegangen, damit wir auf dieser Erde das tun, was er getan hat. Und das ist nicht nur geglaubt und gesungen und lobpreis gemacht und gebetet, sondern wirklich in unserem Alltag um uns herum wirklich unseren Glauben oder die Werte unseres Glaubens zu leben. Mich hat vor einiger Zeit die Berner Studie richtig, ja, das hat bei mir richtig eingeschlagen. Und wenn ihr da seht, 34 Prozent sagen klare Trennung von Glaube und Arbeit. 38 Prozent sind passiv, aber bereit, den Glauben und die Arbeit zu verbinden. Und nur 28 Prozent verbinden Glaube im Alltag. Das macht zusammen 72 Prozent der Menschen, die in die Kirche gehen, wissen nicht, wie sie das Gehörte im Alltag umsetzen. Das beschäftigt mich schon das ganze Jahr, weil das ist doch eigentlich der Sinn unseres Glaubens, damit wir hier in einem Gottesdienst tanken, um draußen der Welt zu helfen mit dem, was unser Glaube ausmacht. Oder habe ich da was falsch verstanden? Der Gottesdienst ist doch nichts für irgendwie Leute, die Gott lieben und die Welt ist ihnen egal und die einfach reinsitzen, sondern unser Glaube ist, dass wir im Alltag wirklich unseren Glauben auch lieben. Und wenn wir sehen, das ist aufgeteilt, das ist die 34 Prozent, die Denker, wie alles so sein soll und wie man das so oder so auslegen soll, die tun sich rein vertiefen in die Tieften der Tiefen und nebendran die Welt geht verloren. Und dann gibt es auch die Zuschauer, die auf der Zuschauertribüne sozusagen sitzen. Macht mal ihr hier vorne und wir sind im Gottesdienst. Und dann gibt es auch die, die wirklich im Alltag ihren Glauben leben. Bist du wirklich ein Alltagsveränderer? Und ich möchte euch heute als Christen wirklich daran erinnern, wir haben eine Aufgabe im Alltag. Im Alltag, das heißt nicht, dass du mit Heftchen irgendwo rausgehen sollst und irgendwo der Welt Angst machen sollst, dass sie verloren gehen. Das ist, ihr Lieben, die Welt hat genügend Angst, da müssen nicht noch die Christen kommen und Angst machen. Wir sind dazu berufen, die Liebe rüberzubringen, Wertschätzung rüberzubringen und vergeben. Und wenn wir das nicht schaffen, sollen wir es sein lassen, weil wenn wir nur Angst machen, Angst ist in unserer Zeit das größte Thema, das unterwegs ist. Warum soll da ein Mensch in der Welt zu Gott kommen, wenn die Christen nicht einen Mehrwert im Lebensstil haben? Ich habe einen lieber Mensch aus der Wirtschaft und das ist unser Steuerberater und er ist auch gläubiger Mensch. Sagt der Daniel auch im Gottesdienst in der Gemeinde, jeder Mensch möchte einen Mehrwert haben. Entweder liebt er das Singen oder er möchte gesegnet werden oder er braucht was von Gott, er möchte einen Mehrwert haben. Und auch dein Nachbar, die Menschen in deiner Arbeitsstelle möchten nicht nur hören, dass sie irgendwann verloren gehen und die Christen ewiges Leben haben, sondern sie möchten jetzt im Moment einen Mehrwert haben, den die Welt nicht geben kann. Und der Mehrwert ist unter anderem die Menschen lieben, die Menschen wertschätzen und den Menschen vergeben. Das ist ein Wert, den du um dich herum weitergeben kannst. Und wie viele Christen schaffen das nicht mal untereinander? Und wenn man es nicht mal untereinander schafft, dann braucht man schon gar nicht rausgehen, weil die Welt hat genügend Durcheinander, da müssen nicht noch die Christen kommen und Durcheinander weitergeben. Was hat Jesus gemacht, als er unter den Menschen lebte und der Lieben, wie ich es gerade sagte, er liebte in der Liebe Jesus, er wertschätzte die Menschen und er hat ihnen vergeben. Wenn ihr die ganze Geschichte vom Anfang, von den Leuten, den ganz normalen Leuten in der Welt gehört habt, er kam nicht und du gehst verloren und du und du und du und du und du. Nein, er hat mit Liebe überzeugt. Er hat eine Sünderin wertgeschätzt, auch die anderen wertgeschätzt, obwohl sie gesündigt hatte, wertgeschätzt und er hat ihr vergeben. Wir sind auf der Erde, dasselbe zu tun, was Jesus tat. Und das ist, wenn wir das lieben, dann bringen wir wirklich Veränderung. Und meine Frau und ich, wir haben den Alltagsveränderer geschrieben. Das ist eine Broschüre, ein Leitfaden, den die Zuschauer gerne kostenlos bei uns bestellen können. Und da haben wir einiges reingepackt, wie du im Alltag wirklich das praktizieren kannst. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Wir haben auch so eine Checkliste, wie man das machen kann. Beispiele, du darfst es gerne kostenlos bei uns bestellen. Ja, lieben, wertschätzen, vergeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jeder Mensch sehnt sich. Lieben, jeder einzelne Mensch sehnt sich, dass ihm das begegnet. Lieben, lieben, wertschätzen, Vergebung. Auch jeder Christ, stimmt's? Jeder. Du bist ein Alltagsveränderer, wenn du diese Werte lebst. Wenn du das nicht schaffst, dann solltest du wirklich mit dem Herrn ins Reine kommen und wirklich ein Leben leben, weil das sind nicht nur die Werte, wie wir es der Welt gegenüber leben sollen, sondern überhaupt leben sollen. In deinem Haushalt, in deiner Ehe. Menschen werden Jesus finden, wenn sie in dir ihn sehen. Menschen werden Jesus finden, wenn sie in dir ihn sehen. Und das hat man in den Beispielen gesehen. Sie hat die Sünderin, sie hat die Veränderung, den Mehrwert in dem Messias gesehen. Und die Menschen um dich herum möchten den Mehrwert sehen, dass das, was in dir ist, sie nicht haben und sie haben wollen. Nicht den biblischen Wortschatz, nicht die ganzen auswendig gelernten Versen. Nein, sie möchten in dir Jesus sehen. Und wenn sie dann fragen, dann kannst du ihnen auch etwas dazu sagen. Wann hast du zum letzten Mal im Alltag Menschen geliebt? Die, die dir vor der Nase weggefahren sind, der Busfahrer, der dir vor der Nase die Tür zugemacht hat, derjenige, der die Regeln nicht eingehalten hat im Verkehr oder sonst wo. Wann hast du zum letzten Mal jemand wertgeschätzt? Ja, den kann ich nicht und der macht das falsch und der jenes. Und der hat sowieso ganz andere Ansichten zu dieser Situation, wie ich sie habe. Ich habe Quellen, da ist drin und da heißt es so und da heißt es so, dass sie das ganz falsch, das kann überhaupt nicht sein. Nee, da halte ich Abstand. Wie in dieser Zeit diese ganze Sache Menschen und Christen spaltet in Lager, so rum und so rum und dazwischen und noch eine Sonderregelung, das ist wirklich eine Machenschaft des Feindes, der auch die Christen zertrennt. Und dann gibt es, wenn du das so siehst, nee, dann bist du nicht mehr mein Freund. Lieben, so geht es nicht, so steht es nicht in der Bibel. Wertschätzen, auch wenn er nicht deine Meinung hat, auch wenn er zu einer anderen Partei gehört, auch wenn er verrückte Sachen macht. Das Wertschätzen ist eine biblische Grundlage. Lieben, vergeben, wertschätzen, das heißt nicht, dass das Gegenüber alles richtig macht, sondern das heißt, dass du dein biblischer Glaube richtig lebst. Und das wollen wir doch alle. Das wollen wir doch alle. Du zeigst durch dein Handel im Alltag, was wirklich in dir ist. Bist du explosiv und so weiter, du kannst an dir arbeiten. Lieben, das, was in uns ist, das ist das Licht, das aus uns heraus leuchten soll. Wie echt liebst du, wie echt wertschätzt du, wie echt vergibst du. Die Welt braucht Vorbilder und keine Mitjammerer. Es gibt in dieser Zeit so viele Mitjammerer, die, ja, halt mitjammern. Ja, ich möchte es gar nicht groß ausführen. Und ich sage dir, im 2. Korinther 3, Vers 3 heißt es, dein Leben ist ein Brief von Jesus an die Welt. Dein Leben ist ein Brief von Jesus an die Welt. Da kannst du selber dir die Antwort geben, was steht in diesem Brief drin. Leben im Alltag, ihr Lieben, lebe deinen Glauben im Alltag. Und Menschen werden fragen, wie kann ich das erleben? Sei ein Alltagsveränderer. Und ich möchte dir heute sagen, wie es mal eine Werbung gab, drei Dinge braucht der Mensch, das war was anderes. Ich sage dir heute drei Dinge braucht der Mensch. Lieben, wertschätzen, vergeben und du kannst deinen Nächsten erreichen. Und ich sage dir, sei ein Alltagsveränderer. Sei ein Alltagsveränderer. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.